Ich muss mir ab und zu, äh, ich muss jetzt dann, denke ich, noch ein Mod hochladen Weiß nicht, der Optum mit 300 Ne, 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 den Class Lexion, tralala, dass wir einen zweiten Thrasher haben Class Lexion 87 Genau 750 Ne, 87 80 Wo ist Felder, ich könnte mir echt investieren, finde ich Ja, Felder will ich jetzt investieren und Rinder will ich kaufen 42 noch zu besitzen, bevor der L17 kommt oder nicht Ich spare drauf hin Ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt mal irgendwann ne Mais Session mal machen Ich will auch Rüben eigentlich Oder ne Nachfrage, Tom Äh, warum leckt das, Hilfe Ich will eigentlich Rüben noch machen, das sind so kleine Sachen eigentlich Die will ich auch noch auf schöne Pack machen, aber Ja, mal gucken So, DLCs hab ich alle Jo, hab ich Hab ich jetzt auch Ähm, ja Du kannst doch irgendwas sagen, will Du kannst doch irgendwas sagen, will Jo Ich darf das jetzt nicht so laut sagen, weil sonst kommen wieder die kleinen Kinder Blablabla So, was kostet's denn? Oh, Feld 1 275.000 Harry Knitter Äh, was kostet Ähm, was kostet Was kostet denn Feld 3 Feld 3 könnten wir uns leisten Oder du machst Oder du machst es dann der BGA voll Dass irgendwie 20 und 1 Wenn du das kaufst Ähm, was kosten die denn Keine Ahnung Ähm, 22 kostet Irgendwo weiter zusammen kriegen Und die dann einfach 22 haben wir schon Und sowas zusammenfügen 20 kostet 115 21 kostet 117 Also es müsste jemand noch Ein bisschen schaufeln Ich bin grad unterwegs Und kauf ich jetzt mal Haben wir mal da unten Haben wir da mal alles Ich kauf jetzt mal Feld 20 Welches Feld ist eigentlich da Ähm, draußen Überhalb der S-Bahn? Äh, Feld 43 Und Feld 30 Aber die musst du oben bei Feld, äh, 40 kaufen Oder so Ja, ich weiß Am Rathaus Was ist das für ein Feld noch? Feld 27 Hä? Ach, das ist die dumme Wiese Was kostet die denn? Oh, die Wiese können wir uns kaufen Glaube ich Die kostet 4000 Ich kauf die jetzt mal Im Ernst? Ja, 0,8 Hektar Ich kauf jetzt einmal mehr hin wieder drinnen Ja, die Habe ich jetzt einfach mal gekauft So Einmal nur 1000 ist noch ein Kilo, Alter So, da kommen wir weit Also 21 und 19 Dann haben wir mal da unten Fast alles Ja, ich will jetzt 21 Und dann haben wir im unteren Teil komplett alles 21, 3 oder so Ich kauf es schon fleißig 21 und 19 Dann haben wir halt da drüben das Eck Unten alle Felder Ich kann auch die Zeit laufen lassen Oder du machst das Keine Ahnung, egal Sö, ne Also normalerweise ist es auch so gehen Naja, das wird schwierig Naja, das wird schwierig 5 reicht 5 reicht meistens 5 passt dann Ja, mit dem C6 Also mit der Frontladerschaufel Schon mit dem Radladerschaufel Schon mit dem Radladerschaufel Ich glaube auf 25 und 2 misst der Rad drauf Aber das ist ja Ja, das mache ich auch Weil da haben wir glaube ich noch relativ wenig Und können wir mal Es werden wir dann auch Wenn wir das getroschen haben Auch wieder sehen Aber das werden wir dann In der Lage haben wir nämlich Ziemlich wenig Kraft im Moment In Darn Jo, wo machen wir die Felder jetzt mal hier Feld 8 ist noch Gerste Sind wir da noch eine Nachfrage gekommen Wovon ihr in der letzten Zeit gar nicht verkauft habt Hm? Wir haben von ewig kein Weizen mehr verkauft Normaler Weizen 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 kam einmal Aber das war es auch schon Aber relativ am Anfang Bei Part 70 oder so war das Bei Part 70 oder so war das Hatten wir die T6 neu Ja, kann sein Und den Drescher oder was da alles kam T6 haben wir ja schon länger Aber ich glaube Dings war er doch Das ist glaube ich erst Part 100 oder so gekommen Oh, ich Oh, ich weiß Warum Part 100 Nee, Part 100 hatten wir den schon Part 100 Part 100 war Hexeln Part 100 war Hexeln Das weiß ich ganz sicher Ich glaube Part 50 war T6 oder was Und Wow Part 70 Der Threscher Also mich da auch nicht Nee, Part 50 war der Maxion 70 war der Maxion Ach Ach Ich weiß es nicht Die ersten 20 Folgen Dann kenn ich auf 80 wieder alles Dazwischen die Folgen kenn ich nicht Keine Ahnung Ich weiß es selber nicht mehr Egal Sind genügend Ja, hab ich Zeit weil ich sie nicht angeguckt Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock Dann hab ich irgendwann wieder eingestiegen So, wir haben jetzt In anderthalb Stunden In 1,75 Stunden Jetzt dann gleich Haben wir Oh Ja 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 7 Parts Das ist schick Das ist schön Ich hab jetzt schon 2 Stunden auf dem Server Oh Nebenbei Wenn du von Anfang an aufgenommen hast Dann hast du das Ja sicher Weil wir haben einiges geleistet Aufgenommen habe ich nicht alles Ich hab nur ein Dreiviertel Ich bin eine Viertel Stunde vorher drauf Achso Ich bin jetzt mal bei der Aufnahme schon eine Stunde vorher draufgechillt und hast gewartet Nee Aber wir haben einiges geleistet Ich bin hier einfach draufgegangen, dass ich drauf war Hast du dann voll schnell gehört Geleistet haben wir einiges Aber das Wenn 4 Leute halt sag ich mal Da sind Hä Warum klappst du jetzt ein dummes E-Maschine Klappt auch aus Wie viel kostet das Feld nochmal Dann können wir das ja noch hin und vier hauen oder 100 100 Boah 100 Gucken dass wir 120.000 haben Dann können es hinhauen Ja ich hab jetzt die Kamera Ich weiß nicht ob du das Geld siehst oder Ja ja 88 Ich seh es nicht Aber Ich hab jetzt mal leckt wenn jetzt das biebelst irgendwie Ja vorher hat es einmal bei mir geleckt und bin ich voll in die Kirchwand Kirche Kirche das erinnert mich an gestern was meine Güte Ach so deine Absicht Oh ich war das ist Seit keine Ahnung waren seit 2013 mal wieder in einem Gottesdienst und das ist ja schon schlimm Wenn du da hockst und beten musst Und Glaubensbekenntnis und Vaterunser auf einmal beten musst Ich wusste gar nicht wo was ist jetzt auf einmal Und dann Danke für diesen Tag und solche dummen Lieder auf einmal kommen Ich dachte eh oh Warum gehst du denn überhaupt noch in die Kirche Ja war doch Abschlussfeier Da musste ich hin So Bist du oder wolltest du Oh ich hab's einfach gemacht Ja So wie ich dich kenne gehst du nicht freiwillig in den Gottesdienst Mh Ich auch nicht Und dann Lauda Und dann Lauda Tussi Und Wenn die Kirche nicht mehr in Konfü unterrichten musste Lauda Tussi Einziges wo ich noch in den Gottesdienst ist vielleicht mein Impulsgottesdienst oder äh an Weihnachten Lauda Tussi Weil es sind auch keine normalen Gottesdienst da geht ja meist um was anderes Ja hauptsächlich um was anderes Und so Schülergottesdienst die in der Schule sind in der Krüfte Ja und halt Schulgottesdienst so behinden müssen Die müssen hin 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 Die ganze Schule in der Kirche Schön ist wie auch Wenn wir sind die älteste Klasse dort ein ganz hinten da fällt sich auch immer Schlafen Mh Nö die halbe Die halbe Kirche war am Handy Es hat gehießen Ja wir sollen unser Handy ausschalten Das hat die Pastorin gemeint am Anfang Ich glaub die Hälfte war am Handy und hat irgendwas anderes gemacht Der böse trifft das wahrscheinlich auch Genau Ich saß ja auch relativ weit hinten Gut dass ich immer irgendwo hinten im Eck gucke wo mich niemand zieht Und auch in der Abschluss war ja auch war ich auch mit dem Handy beschäftigt Weil ich kann mir das dumme Gelaber nicht anhören Mh Jetzt habt ihr die Meisterschaft weil er halt WM war 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 WM WM war sind wir sind hier ist doch auch schon fast zwei jahre alt bald ja das ist auf jeden fall wenn ich sogar schon drei kam doch mehr lässt zusammen irgendwie so halb davor müssten jetzt drei bald drei jahre werden hat im netz einer facebook reingepost er hat jetzt 16 auf dem pc gekauft offen tablet pc wenn dann das macht sinn ja tablet pc macht sinn aber mehr auch nicht trotzdem schwachsinn da kann ich mir lieber gleich richtig hin so teuer ist der ls jetzt auch nicht was ist der ls 15 oder was ist der ls max lernt die ls kennen allein die säuerung der zwei der sexen abfahren wer her part war das denn 163 oder was d102 nene termina aber wir haben das ja in irgendeinem partner angesprochen ich glaube ich muss ja ich muss ich muss den letzten machen gucken ja ich habe den titel noch mal geändert von dem 162 video ich fand den titel mit ls 17 und so bisschen doof weil wir weil dann viele reingucken und dann bestimmt wieder drunter schreiben ihr redet ihr wisst ja gar nicht das neue oder ihr habt euch den teaser noch gar nicht angeguckt und so ja vor allem die müssen überlegen wenn wir es aufnehmen und wenn es kommt ja aber das ist immer das problem bei der lieben community naja auf jeden fall eine stunde 45 das ist schön jetzt kannst du das feld noch kaufen ich kann das feld kaufen ist jemand in der nähe weiter bei dem ding ich bin bei der bga ganz freien treffen ich bin bei feld 38 ja ich muss nicht zur bga wie machen wir das jetzt hin kauf nur fällt 21 oder was das war sachen wie aporette und tanzverbot nicht verboten werden ist auch ach so ja da habe ich auch ein video gesehen von einer anderen die heißt die noch mal die eine tut bb ducky b äh ähm 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 ich kenne keine mir braucht sie das nicht sagen sonst guck sowas nicht torben wirst du das vielleicht noch was denn genau was weiß auch nicht was marvin mein kopf die weiß bloß in meiner klasse katja katja warte ach ja katja krasowitsch oder so ja genau da hab ich mal kurz reingeschaut die videos sind da ööö der wo mitmacht er kriegt ein pornovideo und der andere kriegt da ein foto von einem brüsten oder was weiß nicht ja das ist ja aber solche videos werden angeschaut meine lieben ja clickbaiting ja das kommt das gibt klicks auf youtube sag ich mal ich könnte jetzt auch einschreiben ich ich habe gebringt oder wie man das jetzt auch sagt so fällt 21 gekauft und so eine kacke also L17 und brank ja genau und so ein scheiße ich habe L17 schon mhm naja auf jeden fall das ich noch nicht gemeldet habe ist ein wunder das ich noch nicht gemeldet habe ist ein wunder auf jeden fall das war's das war's zum ersten Teil vom Livestream auf der UGF Bayer Map ich sage ein herzliches Dankeschön an den Zombräter wenn er mich hört sonst zeige ich es ihm nachher persönlich nochmal Dankeschön an die Tamina, Dankeschön an den Alexander, Dankeschön an den Marvin und Dankeschön an den Lukas Bitteschön Bitteschön und Dankeschön an die Zuschauer wo zugeschaut haben oder das Video kommentiert haben und ja ich würde sagen nach einer kurzen Pause von circa 10 Minuten ja sehen wir uns in Omsi oder in Schönebeck ich weiß es noch nicht was ich machen werde und ja ich würde sagen wir sehen uns Tschüss Tschüss Ciao